Willkommen in der Zukunft! Computeraufbuch der Orion 2 Wir zeigen das Jahr 2076 Die Zeit vorprogrammierter Stopp-Güter-Activierter sind in den Fäden! Mary, take it up! Jazz-Cort-Rollsystem aktiviert! Vierkontrolle eingerichtet. Neugnautes Netzwerk aktiviert. Wir erleben nun einen theoretischen Rotalarm. Es wird unser einziger Typ in Weltraum. Die Frost. Die weißen Frostschiffe werden registriert. Analysiert. Und elektronisch eliminiert. Nach dieser kleinen theoretischen Einführung denke ich nun, dass wir alle gewachsen sind. Nach der VW aufzubrechen. Und deshalb würde ich sagen, folgen Sie uns auf die Startwarte der Orion 2. Wir sind jetzt hier auf der Startwarte der Orion 2 und hier gelten zwei goldene Regeln. Regel Nummer eins bezieht sich auf den Countdown, der hier oben erscheinen wird. Der wird von allen laut mitgezählt. Gerade auch insbesondere von den Leuten, die über zwölf Jahre alt sind. Die zweite goldene Regel bezieht sich auf die Startposition, die Sie einnehmen. Dazu suchen Sie sich mit beiden Füßen einen festen Stand auf dem Boden. Sie stützen Ihre Hände, so weit es Ihnen möglich ist, in die Hüfte und belasten die Fersen. Alles dies natürlich nur, so weit Ihnen das möglich ist. Die Startvorbereitungen abgeschossen. Orion 2 an Tower, bitte Starten aufnehmen. 1, 2, 3, 2, 1, 2, Start! 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Schritt 9, 3, 2, 1, Uh, we can ste long versions of Kau Interesting asieder. 2, 2, 1, 1, then Sie jetzt auf dem 1 und 2. 2, 1. 4, 3, 2, 1 und 2, 1, wo Controle. 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bei einem Start dieser Art verliert man erfahrungsgemäß ein größter Maß an Körper eigener Energie. Um Sie wieder aufzuladen, werden wir uns als nächstes in die sogenannte kosmische Ruhezone begeben. Dort nehmen Sie einfach Ihre Hand auf die dann bevorstehenden Slider und laden so Ihre Energie wieder auf. Für den Vollkommen her. Ihr seht alles sehr gut aus. Ja, die Brücke meldet ruhigen Flug, voraus nur ein leichter Meteoritenhagel. Wir aktivieren unser Schutzschild. Brücke meldet. Brücke meldet. Schützschild in Schützschild zu 20% ausgefallen. Brücke meldet. Leichte Störungen im Computersystem. Schützschild zu 40% ausgefallen. Leichte Beschädigungen auf der linken Seite. Druckabfall im gesamten System. Besucherlecker Brücke, was ist los? Brücke, bitte weg. So weit doch aus! Ein Tor! Hoffentlich hat er uns nicht gesehen, sonst sind wir verloren. Er hat uns gesehen. Die Pferks formieren sich zum Angriff. Stromausfall auf den Pferd. Die Türkehäuser haben keine Wirkungslohn. Wir haben keinen Kontakt mit dem Brücke. Ja, aus hier! Alle, alle, aus hier! Alle, alle, der Neustadt wird knappt! Ja! 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 Die Türkehäuser haben keinen Ricardo Kreuz. Der preen der Ma 동h講! Der Naustadt wird knappt! Der Naustadt wird knappt! Der Naustadt wird knappt! Der Naustadt wird knappt! Das ist weg. Aber auf den Markt! Er wird eigentlich kl Jeffrey Ke *** Gargermeister hier kanlaust AG! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020